Wenn ich ihn jetzt stumpf, wird er eh runterlaufen. Pass auf. Ja. Oh mein Gott. Ey Leute. Ey Leute. Was geht? Porsche ist wieder back am Start. Hier für euch. Und mit dabei ist der liebe KleinMods. Ey Leute. Was geht ab? Euer KleinMods ist ja weg. Weil ich am Start. Digga, das war gerade absolut lustig. Er hat gesagt, oh mein Gott, das musst du eigentlich drin lassen. Digga, er hat das erste Ding so gefällt. Man, er hat so gelacht. Okay. Digga, ich hab deinen Skin angucken müssen. Also Leute. Ihr habt wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Habt ihr euch gedacht, Digga, hä? Wie jetzt? Try not to hit challenge. Ja, Leute. Ähm, wir können eigentlich den Knüppel komplett vergessen. Ähm. Wir dürfen die Gegner nicht schlagen. Wir dürfen eigentlich nur spleefen. Also wenn wir theoretisch das Bett abbauen, ähm, die einzige Chance ist halt so zu spleefen. Lol, what the fuck? Meine Hände sind gerade absolut, absolut gefickt, Digga. Absolut ekelhaft in deinen Händen. Wie eigentlich immer. Äh. 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 Oh mein Gott, Digga. Ich hab ein Problem nicht mitberechnet. Was? Ja, was wollen wir machen, wenn die auf uns zulaufen? Hä? Äh. Ja, Bett weg, oder? Ja. Äh, Digga. Hä? Äh, Scheiße. Die Challenge ist ja mal übelst hart, Digga. Äh, was machen wir da? Hä, Digga. Wir brauchen eine bessere Picke, wie wollen wir die da spleefen? Ey, Digga, stimmt mal. Ey, das haben wir gerade echt nicht mitberechnet. Kran, komm, wir versuchen es jetzt noch. Digga, was hat der sich gedacht? Der stellt sich so, wie ist der eigentlich gestorben? Wie soll ich ihn aber töten? Hä? Wie soll ich ihn töten, wenn wir kein Bett mehr haben? Oh mein Gott, nein! Hä? Du musst einfach spleefen. Bro, werfen Black herunter, sonst bin ich tot, Alter. Warte. Ey, wir können doch Enderperle nutzen. Ja, politisch. Oh, Digga, das ist die Idee. Warte, warte, ich dropp dir. Oh mein Gott. Ja, aber warte, ah! Oh mein Gott. Chill. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ah, ah, Digga, ich bin... Der stumpt auf dich. Ich bin der! Oh mein Gott. Ich bin der, 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 ich bin der. Du bist... Ich renne weg. Digga, du Legate, wie hast du das... Digga, wie hast du das überlebt? Ich bin da nicht vorbeigereist, aber ich habe mich umgedreht. Oh mein Gott, Digga. Der versucht mich zu töten, Alter. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ja, okay, ich werde sterben, ich werde... Oh mein... Na, ja, oh mein Gott, er hat mich. Brrr. Wenn ich ihn jetzt stumpe, wird er eh runterlaufen. Pass auf. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, Digga. Was hat er eine Prediction? Was hat er eine Prediction? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh scheiße, Digga. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Alles ab. Oh fuck, Mann. Was war es für eine Runde? So viel nicht einberechnet, ich mein's ganz im Ernst, Digga. Digga, ich auch. Ich habe mir das irgendwie unproblematischer vorgestellt. Digga, das ist ja komplett... Okay, Leute, aber macht nix. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Oh mein Gott, ich hab MLG geschafft. Fuck, Digga, ich darf den jetzt nicht hitten. Fick den hier. Ich hitte ihn. Oh mein Gott, Legende. Er fliegt runter. Nice. Alter, oh mein Gott. Ey, beide Linien sind tot. Beide Linien. Du hast das Spielsystem absolut verstanden, Digga. Ich bin zwar auch richtig bad, aber YOLO. Du machst das schon. Ey, fuck, Digga. Das muss drinbleiben, Alter. Du bist ja absolut krank, Alter. Digga, man hat das... Oh Gott, der kommt, der kommt. Der kommt. Warte, ich stell dem jetzt ne Falle. Okay, ich stell ihm doch keine Falle. Rückzug. Ey, das übelst gut. Digga, das übelst gut. Den kenn ich. Das ist von meinem Cousin und dem Bruder. Ey, ne, der... Alles klar. Von meinem Cousin und dem Bruder wahrscheinlich. Ey, für Cracked, Alter. Nein! Cracked doch auf. Nein, nein. Wir dürfen nicht hitten, Digga. Digga, warte, warte, mach ihm ne Falle. Ja, was sollen wir ne Falle machen, Bro? Ich baue hinter dir auf. Ich baue B. Nein, nein, oh mein Gott. Ich darf nicht hitten. Ich darf... Nein, nein, nein. Digga, was soll man da machen? Boah, ich weiß, was ihr machen müssen. Was? Wir setzen die in den Cobweb und dann splicken wir die. Ey, kranke Idee, Alter. Ohne Spaß. Machen wir, Digga. Digga, ohne Spaß. In der nächsten Runde, oder? Gute Idee. Ja, okay, komm. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Oh, ich bin first mit, Digga. Okay, 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 rennt zurück. Ich hau alle weg. Ich hau alles weg. Ich hau alles weg. Ich hau alles weg. Digga, wer ich jetzt... Okay, okay, okay. Der Päuschig-Skin kommt zu uns. Warte. Gleich mal besser. Ja, hab ihn. Oh mein Gott, er hat... ... krank. Er hat da keine Blöcke dabei. Haa. Warte, warte. Er ist runter, er ist noch rein. Er ist... Oh mein Gott. Digga. Nein, warte, warte, warte. Ich warte, ich bin schon zu weg. Vertrau mir. Ohne jemand zu jetzt. Keine Ahnung, ich hab dir ja nicht begegnet. Oh mein Gott, Digga. Nein, das wirst du absolut nicht schaffen. Doch, 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 doch. Oh mein Gott, das kannst du schaffen. Das kannst du schaffen. Das kannst du schaffen. Oh mein Gott, das kannst du schaffen. Hast du eine gute Spitzhacke? Ne. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Absolut gefickt, absolut gefickt, Digga. Alte, Movement is da. Okay, 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 pass auf, pass auf, wenn du jetzt mit da runter fliegst, bin ich echt zauber. Dann haben wir echt ein Problem, ne? Ich, locker haben dir BattledCopweb eingebaut, ne? Ja, dann wird nicht gefickt. Okay, ich werde jetzt mit dir... ... runtergefallen. Nein. Eigentlich mit dem P-Liter. Mit allem. Ey, Digga. Du bist gerade ein Scherz, oder? Digga, ich hab gesagt, was du. Mach du. Ich, ich tu dir jetzt ein bisschen für unsichern. Renn. Renn einfach durch, Digga. Renn einfach durch. Oha, das... Okay, so OP war es doch nicht geplaced. Doch, das war schon OP geplaced. Der eine kommt nicht back. Bau die Scheiße ab jetzt. Oh mein Gott. Nein. Ey, es ist so offen. Ey, es ist so... Ey, krank, Digga. Ey, krank, Digga. Es war offen. Ich bin die bessere Schmitte. Ey, krank, Digga. Nein, es war offen. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, hast du es gesehen, Digga? Ey, krank. Okay, alles gut. Ich spieg den. Alles gut, ich spieg den. Alles gut, ich spieg den. Ja. Ah, nein, ich hab... Ich wollte unter dem Splitsen. Oh mein Gott, Digga. Kompletter Fail. Kompletter Fail. Digga, das ist Bastard. Das ist echt Bastard, Alter. Ey, krank, Digga. Noah? Diesel timed out. Hä? Hallo? Fuck! Fuck that shit, I'm out. Was? Ich bin allein! Oh, man. Digga, hörst du mich? Digga. Digga, hörst du mich? Ja, ich hör dich! Oh, ich bin aufsit gefickt! Man! Fuck that shit, I'm out. Ich hol ein Bett und time aus. Ja, unser Bett ist jetzt auch weg. Ja, Leute, die Challenge ist absolut unmöglich, Alter. Jetzt mal no joke. Oh, man, Leute. In dem Sinne. Haut rein. Schaut auf jeden Fall beim Noah vorbei. Sag einfach, ciao. Ihr wird reingeschissen. Ich hab mich mies reingekackt. Aber, Leute. Es ist halt absolut unmöglich, so. Was willst du machen? Der Gegner muss nur auf einem Weg laufen können. Und ihr seid absolut gefickt. Alter, reingekackt, Alter. Ja, Leute. Wie gesagt, in dem Sinne. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Servus. Turzu. Es ist halt kapit bouncy. Es ist aber nicht passiert. Wir sehen uns auf dem Set. Mir reitенным in die Katastrophe dance. Bis zum nächsten Mal. Besuch unsere Macht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.